Und zu wissen, ja... So, der baut Einheiten, der baut Einheiten. Bringt die? Keine Ahnung, ob's die bringen. Doch, nee, ich glaub, die bringen's nicht. Aber ich glaub, die bringen's doch mehr als, äh, Notmods. Aber die können, glaub ich, keine... Nee, die können keine Luft-Einheiten angreifen. Aber das ist relativ egal, soweit ich... Ah, nee, das war's nicht mit Luft-Einheiten. Hm, ah, das ist ein bisschen schlecht, dass ich die jetzt gebaut hab, aber die sind gut gegen Land. Ah, hoffentlich läuft mir die... Scheiße, ich hab hier noch Just Cause 2 auf der Platte. Hoffentlich läuft mir die Platte jetzt nicht voll. Weil Fraps ist ja so extrem, äh, Dingens speicherplatzintensiv. Gehen wir auf die Arte. Ich hab hier alles bereit. So, hier ist die Armee am Stay, nötig für Armee. Blätten... Ach, da ist er ja auch. Ich hab hier auch. Hier kann ich den irgendwie... Ja, Aggressiv-Modus, bitte. Und ihr hier hin, falls hier irgendwas angeschissen kommt. Und bitte auch auf Aggressiv, damit ihr alles angreift, was hier angeschissen kommt. So, das Geräusch hieß, dass mein Stationierungsteil fertig ist. Und jetzt können wir da Tiberium-Gammler hinstellen. Geht ihr mal, wann sind die fertig? Da noch 8, da noch 5. Ich mag Armeen. Und was tut er da? Kreis, 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 Kreis. Das sieht hier irgendwie geil. Ah, okay, jetzt hat er sich gefangen. Ja, ist das toll. Oh mein Gott, spannender kann es ja schon nicht mehr sein. Ne Armee bauen und noch warten, bis das mal endlich fertig ist. Mach ich mal. Ah, na los. Und im Übrigen, es ist mir scheißegal, wie alt Comanzen-Conker ist. Ich glaube, das von 2009 oder so. Boah, Entschuldigung. Aber, naja, ist mir egal, ob es von 2009 ist oder nicht. Ich mag es. Ich let's playe es. Egal, es geht mir nicht darum, dass es besonders viele Leute gucken. Es ist mir ehrlich gesagt egal, wie viele das gucken. Hauptsache, das let's playen macht mir Spaß und mehr will ich doch gar nicht. Und wenn ihr das jetzt nicht mögt, dann guckt ihr es eben nicht. Wenn ihr es gucken mögt, guckt ihr es eben doch. So sieht's halt aus. Und wer das jetzt nicht guckt, nur weil es alt ist, dem kann ich nur sagen. Tja, Pech gehabt. Ich mag dieses Game. Es hat zwar nicht so die Ultra-Grafik, aber ich mag's. Bei mir kommt bei Games auch nie auf Grafik an. Hauptsache, das Game ist gut. Egal, wie scheiße die Grafik ist. Zum Beispiel Minecraft. Dann ist mir auch egal, dass die Grafik scheiße ist. Mein Gott, dauert das lange. Wenn das so weitergeht, muss ich die Aufnahme unterbrechen, bevor ich hier überhaupt was gemacht habe. Ah, jetzt habe ich keinen Strom mehr. Das fuckt mich jetzt ab. So, wie viele sind das? Kann ich mit denen einen Angriff starten, ohne hier großartig zu riskieren, dass da unten kein Schutz mehr ist? Da unten ist dann noch Schutz durch die Typen. Ich weiß aber nicht, ob das reichen wird. Auf jeden Fall ein Skorpion hier. Lass dann hier noch paar Typen in der Bauschleife, oder wie das heißt. Gehen wir auf die Jagd. Wie viele habe ich... Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber... Wie viele habe ich jetzt da in der Ausbildungsleife? Da hatte ich 20. Wie viele da? Da will ich auch noch auf. So. Ich hoffe, dass die Typen da reichen werden, um damit einmal durchzukommen. Wie ich das in Erinnerung habe, ist die Verteidigung doch recht heftig. Wie uns da hinten jetzt erwartet. Dann kann ich mir nämlich das Tiberiumfeld da holen, und da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Zeichen holen kann. Dann kann ich mir auch eine GDI-Basis erobern. Wir sterben. Und in der GDI-Basis kann ich GDI-Sachen bauen. Eih, zuerst da drauf. Dann da drauf. Dann da drauf. Ja, holt sie euch, meine Freunde. Holt sie euch. Und bitte auf Aggressivstellung, damit ihr alles angreift. Ja, greifen. Haben wir die jetzt schon? Müsste ja eigentlich heißen, dass wir auch unsere Avatare haben. Ich mag Avatare. Oh, plättet die Fabriken. Egal. Wir sind sowieso tot. Gut. Da muss ich mit einer zweiten Welle noch rinnen. Boop. Bloop. Die muss ich zuerst down, die muss ich down kriegen. Und dann erober ich mir das hier und kann die, glaube ich, selber bauen. Hoffe ich zumindest. Gut. Wie viel Zeit habe ich noch? Nicht mehr viel. Ich kann auch nicht länger aufnehmen, weil mir sonst die Platte voll läuft. So, wenn ihr da fertig seid, baut ihr mal hier um 20. Und dann geht ihr mit den ganzen Potsäulen da rein. Oh, gerade hatte ich einen Framedrop auf paar verkackte Frames nur. Und das bei so einem alten Game. Boah, ich muss mich echt für diesen PC schämen. Dann hier noch ein paar Skorpions. So, und dann haben wir insgesamt 40 Skorpions und dann geht das schon. Ich mag große Armeen. Steht da nicht so scheiße rum. Sondern formatiert euch hier schön zu einer Abwehrdingens. Abwehrreihe. Hoffentlich kommen die von da oben jetzt nicht runtergekackt. Das finde ich nicht so nice. Ah, das dauert echt zu lange. Aber ich versuche es mal da mit dem ganzen Mob. Los, nimm alle mit. So, die da hinten noch. Und kommt mal mit ihr, Potsäule und Rinder. Und sofort auf die Fabriken gehen. Ah, los. Ich will wenigstens diesen Stützpunkt in der Aufnahme down haben. Wartet. Hier, damit die ganzen Typen erstmal nachkommen. Wartet nicht. Hier greift einer. Haut sie kaputt. Was? Der hat das... Der hat das repariert. So. Bitte damage nicht das Hauptgebäude, meine Leute. So, jetzt das. Und jetzt das. Jetzt können die eigentlich so gut wie nichts mehr unternehmen. Zumindest angriffstechnisch nicht. Feinheit befrieren. Ach, das sind nur Flugabwehrgeschäfte, okay. Feuer einstellen. Einheimnis angegriffen. Ah, nein, nein. Nichts Feuer einstellen. Feuer frei. Potsau, ich glaube nicht. So, jetzt das da hinten. Jetzt brauche ich ein paar Eroberungstypen. Zwei, um genau zu sein. Für Tiberiumturm und das. Tja, Leute. Tut mir echt leid, aber hier muss ich dann wohl einen Cut ansetzen. Tschüss, bis nächstes Mal. Aber natürlich erspare ich euch folgendes nicht. Speichern. Da das Speichern... Wie nenne ich das denn mal? LP. Aufnahme 1 Aufnahme 1 So, das Speichern erspare ich euch jetzt nicht. Das könnt ihr vergessen. Okay, das ging jetzt einigermaßen schnell. Okay, dann tschüss, Leute. Und bis... Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Commands & Conquer 3 Kane's Birth. Und wir sind gerade dabei, hier hinten ein bisschen ein paar Lava zu schieben. Natürlich ist das genau das, was wir letztens gespeichert hatten. Und... Nein, nein, nein. Nicht das Hauptgebäude. Nicht das Hauptgebäude. So, wie heißt es? Wenn umhalten... Wir greifen, glaube ich, nichts an, was wir uns greifen wollen. So greift das doch an. Das will doch niemand. Und was zum Geier ist... Ach... Reift das an. Das braucht auch keiner. Das können wir, glaube ich, selber bauen, sobald wir das hier haben. So, das war's. Ihr Typen, geht jetzt raus hier und geht euch erstmal heilen. Wo ist denn jetzt? Da. Geht dahin. Habe ich einen Saboteur? Jawohl. Was brauchen Sie? Ich brauche das Zeug da hinten. Ja, dann höre du mal. Und dann höre und gehe da rein. Und die haben schon wieder eine neue Produktionsfabrik ausgekackt. So, wenn ihr Typen das nicht anders wollt, äh, holt ich mir die eben auch. Hab ich hier irgendwo ein Tiberium... Jawohl. Ich hab hier einen Tiberium-Turm. Dann bitte noch einen. Kann ich ein Stück rauszoomen? Das ist mir doch jetzt... Nein, kann ich nicht. So, werden ja auch alle hier höfisch referiert, die hier Damage haben. Die sind full. Die gehen jetzt da hin. Gehen mal da hin. Die ist full. Der ist full. Der wird, glaube ich, referiert, oder? Ich weiß nicht. Der ist full. Der ist nicht full. Oha, hier hinten hab ich aber schon einen ordentlichen Mop-Spiel, aber... Ich kann euch schon mal verraten, den werden wir auch brauchen. Bei dem, was noch kommt. Und ich glaube, bei dem, was noch kommt, habe ich viel zu wenig Not-Mods. Ach, jetzt haben die... Hol dir die Kaserne. Los. Ach, jetzt haben die die lieber verkauft, anstatt die mir zu geben. Ihr Pissköpfe. Dann muss ich wohl so... mit meinen ganzen Mob diese Techniker verteidigen, während die da reingehen. Aber ich brauche eindeutig mehr Not-Mods. Viel mehr. Die werden wir alle brauchen, das kann ich euch schon mal vorher hatten. So viele Skorpions werden wir vielleicht eher nicht so brauchen. wie lautet der Plan? Extrem viele. Der Plan lautet, dass ihr Huren-Söhne, die hier verletzt seid, erst mal euch repariert. Wo war hier noch so ein Verletzter? Sammler, ihr Mob der heilen Typen. Wo? Ich glaube, es hackt. Sammler, geh da weg. Fahr um dein Leben. So. Jetzt kommen meine Typen hier und hauen euch. Ihr wolltet es ja nicht anders. So, der ist halt fast tot. Wo sind die Feinde? Verarschen? Ein so'n Typ. Jetzt verschanzen diese Huren, wöhnen sich im Tiberium und hauen meine Viecher. Los, dann geht doch. So, ihr Mob von Typen. NotMod ist bereit. Wir los. Partei diktiert die Fahrforschissen im Techniker, damit denen nicht wieder was passiert. NotMod ist bereit. Oh, 34 Scorpions. Ich hab's eindeutig mit den Scorpions übertrieben. Und ihr seid, fandet damit nicht offensiv, sondern defensiv. Wir greifen einfach nur die Typen da an. Einfach befürchtet. NotMod ist bereit. Oh, der ist fast tot, aber obwohl, ich brauche NotMods und ich glaube, ich brauche wirklich extrem unnormal viele. Das heißt, ich werde jeden brauchen und auch jeden jetzt hier einzeln zum Heilen schicken. So, machen die hier wieder Pallava? Nein. Mein ganzer Mob da hinten kommt eh nicht klar, weil es viel zu viele sind. Hallo? Ja, dann höre und geh da hin. Wieso? fangen die jetzt wieder an, alles anzugreifen. Deswegen. Was greifst du jetzt schon wieder an? Ah, das kannst du meinetwegen angreifen. Eh, niemand. Da muss hin. Gleich, dafür braucht noch Saboteurschen. Und einer. Halt, 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 halt. Einer von euch. Los. Machen wir uns an die A. Geht dahin. Das wird uns gehören. Das wird es allerdings. Ich dachte es schon. Schafft ihr? Los, 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 sprintet durchs Sibirium. Montes mit.